Der Jax will Bar-Unglück-Fehler-Lasset uns. Ihr habt einen neuen Auftrag erhalten. Wenn ihr es für richtig haltet, ich gebe mein Bestes. So soll es sein. Ja! Wenn ihr es für richtig haltet, so gut ich kann. Na gut. Wie ihr wollt. Wie ihr wollt. Wenn ihr es für richtig haltet, ich bin schon unterwegs. Fertig. Aber gern. Ja, ja. Wenn's denn sein muss. Ja, wenn ihr nicht. Ihr habt einen neuen Auftrag erhalten. Sofort. Ja. Wie ihr wünscht, mein Herr. Ja, so gut ich kann. Fertig. Ein Gelehrter nimmt seine Studien auf. Ein Held ist in großer Gefahr. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Es gibt nicht genug zu essen. Wenn's denn sein muss. Wenn's denn sein muss. Dazu hab ich jetzt so gar keine Lust. Spürt meine Klinge. So soll es sein. Aber gern. Wie ihr wollt. Wie ihr wollt. Wie ihr wünscht. Wie ihr wünscht. Ja. Ja, ja. Ja, ist gut. Aber gern. Aber gern. Ihr habt nicht genug Lehm. Aber gern. Ja, mein Herr. Wie ihr wollt. Ja. Natürlich. Sicher. Natürlich. Das kann ich nicht. Könnt ihr nicht mal einen anderen belästigen mit eurem Ruhmgeschubse? Natürlich. Ja, mein Lord. Ja, ja, mein Lord. Natürlich. Wie ihr wünscht, mein Herr. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sollt werden gezahlt. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Alle Bauernhöfe sind belegt. Einige Siedler haben nichts zu essen. Sicher? Fettig. Sicher. Wie ihr wollt. Hey, lass das sein. Wisst ihr denn nicht, mit wem ihr es zu tun habt? Ich bin der König. Einer eurer Helden wird angegriffen. Das Gebäude ist ausgebaut. Kein Problem. Ihr verfügt nun über das Wissen über eine neue Technologie. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. Ja, ist gut. So soll es sein. Ja, mein Herr. Wie ihr wünscht. Ja. Sofort. Folgt mir, Brüder. Ein Held ist in großer Gefahr. Wenn Gott es so will. Ja, gern. Wenn ihr wollt. Ich bin schon unterwegs. In Ordnung. Wenn's denn sein muss. Schaut euch. Ich glaub. Aber sie wollt. Kommt ja nicht auf die Idee, die Schuld mir in die Schuhe zu schieben, wenn das Gebäude einstürzt. Ich habe damit nämlich nichts zu tun. Ich war gar nicht da. Ich war gestern nämlich bei dieser netten, ähm, Richtung Kreuzgefell. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Es beginnt zu regnen. Es ist Zeit, da. Ja, wie ihr wollt. Ja, ist gut. Natürlich. Nichts lieber als das. Natürlich. Ihr benötigt mehr Lehm. Fertig, Meister. All eure Wohnhäuser sind belegt. Aber es gibt noch obdachlose Siedler. Feinde haben einen Held attackiert. Es gibt nicht genug zu essen. Und dazu habe ich jetzt so gar keine Lust. Aber gern. Wird erledigt. Ja, natürlich. Jawohl, Herr. Wie ihr wünscht. So gut ich kann. Aber gern. Ja, gern. Jawohl. Ja, gern. Ihr wagt es. Ja. Aber gern. Könnt ihr nicht einmal einen anderen belästigen mit eurem Rumgeschubse? Aber gern. Kein Problem. Ist in Ordnung. All eure Wohnhäuser sind belegt. Aber es gibt noch obdachlose Siedler. Es habt viel. Ihr habt einen neuen Auftrag erhalten. Fertig. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Einer eurer Gelehrten ist traurig. Weil die Steuern zu hoch sind. Aber gern. Natürlich. Ja, gern. Jawohl. Bisschen an, der Sommer kehrt zurück. So, fuck! Geschafft! Hier gibt's nix mehr zu tun. Aber gern? Ja, natürlich. Ihr habt nicht genug Lehm. Na gut. Und dann, dann haben wir den Alpen übers Ohr gehauen. Viel. Ihr habt einen neuen Auftrag erhalten. Ihr habt einen neuen Auftrag erhalten. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Gut. So gut ich kann. In Ordnung. Ihr braucht. Ich brauche. Ihr habt einen. Vielen Dank. Ach ja. Herr, man hat euch mit einer neuen Aufgabe betraut. Eure Arbeiter bezahlen ihr Steuer. Alle Bauernhöfe sind beliebt. Einige Siedler haben Mut zu essen. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. So voll. Aber gern. Ja. So. Das gibt ein feines Feuerwerk. Ja. Selbstverständlich. Baut mehr Bauernhöfe, um all eure Siedler versorgen zu können. Ja. Aber gern. Ja. Ja. Kein Problem. Ja. Ja. Natürlich. Ja. Ja. Ah. Wird erledigt. Aber gern. Aber gern. ist in einem. Ich glaub ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Ein Steinmetz beschwert sich, weil die Steuern zu hoch sind. Ja. Natürlich. Wie ihr wünscht. Jawoll. Ja. Ich bin schon unterwegs. Sicher? Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Kein Problem. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Baut mehr Bauernhöfe, um all eure Siedler versorgen zu können. Ja. Ergreift sie. Ein Held ist in großer Gefahr. Ja, mein Herr. Lasset die Furcht von euch abfallen und kämpft. Aber... Wenn ihr zum Beispiel auf dem Kuss in den 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 Kuss. Wann? Ich weiß nicht, wie komme ich an den Kuss aus? Die Wäsche ins Trockene bringen. Es regnet. Einer eurer Helden wird angegriffen. Hierfür benötigt mir mehr Tanah. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Kein Problem, wenn's denn sein muss. Na gut. Sie scheppert. Na gut. Ja. Kein Problem. Ja. Ja, ist gut. Ja. Ja. Ja! Baut euer Dorfzentrum aus oder errichtet ein neues, um mehr Siedler in eurer Stadt aufnehmen zu können. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sollt werden gezahlt. Ein Held ist in großer Gefahr. Lasst die Furcht von euch abfallen und kämpft! Seht nur, es klart auf und wird wieder warm. Achtung mit der Kanone jetzt! Na gut, na gut. Alles weg! Ein Held ist in großer Gefahr. Nimm den Herrn! Man hat euch mit einer neuen Au... ... ...